Badahasta, Bhadrasana, der Schmetterling mit gefalteten Händen, ist die Bezeichnung für mehrere Variationen von Bhadrasana. Zunächst einmal, Bhadrasana bedeutet die Fußsohlen zusammen, die Knie nach außen, bei Fortgeschrittenen auch einfach die Fußkanten zusammen, Fußflächen nach oben und die Knie nach unten und dann kannst du die Hände falten und das kann sogar eine Meditationshaltung sein oder auch eine Stellung, die du zwischendurch einnehmen kannst, um die Lotusflexibilität zu entwickeln. Du kannst auch die Hände falten hinter dem Gesäß, dabei kannst du den Brustkorb wölben und den Kopf nach hinten geben, das hilft dir ein Gefühl der Offenheit zu entwickeln oder du kannst dich nach vorne beugen und langsam, dass du nicht auf die Nase fällst und dabei kannst du die Hüftflexibilität noch weiterentwickeln. Du kannst aber auch die gefalteten Hände nach oben zur Decke hingeben und so ist das. Ur-Dva-Badda-Hasta-Badrasana.